Hat Israel gerade den Anführer der radikal-islamischen Miliz Hisbollah getötet? Vieles deutet darauf hin. Und in diesem Video möchte ich kurz das Wichtigste zusammenfassen, was wir zum jetzigen Zeitpunkt wissen. Hi, mein Name ist Konstantin Flemmig, ich bin Journalist und Kriegsreporter und gerade ist es 22.35 Uhr deutscher Zeit an diesem Freitagabend. Und ich mache jetzt noch ein spontanes, spätes Video, um euch eine kurze Übersicht zu geben, was in den letzten Stunden passiert ist. Denn was passiert ist, das könnte tatsächlich große Auswirkungen haben auf das, was demnächst im Nahen Osten passieren wird. Vor ein paar Stunden kamen die Meldungen rein, dass Israel einen großen Luftangriff in Beirut in der Hauptstadt des Libanon gestartet hat und die Bilder waren wirklich krass. Es waren sehr, sehr große Explosionen zu sehen. Wie wir später erfahren haben, wurde praktisch ein ganzer Wohnblock oder mehrere Wohnblöcke dem Erdboden gleichgemacht. Die Bilder von dort waren wirklich katastrophal und wir können jetzt schon sagen, dass mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dort sehr, sehr viele Menschen gestorben sind. Sehr wahrscheinlich viele, viele Zivilisten, die in diesen Wohnungen gelebt haben. So viel dazu. Aber in den folgenden Zeit, in den letzten paar Stunden, kamen immer mehr Meldungen raus, dass dieser Luftangriff ein bestimmtes Ziel gehabt haben muss. Und dieses Ziel ist Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah ist der Generalsekretär der Hezbollah, also der oberste Anführer dieser Miliz. Die Hezbollah ist die vielleicht mächtigste Miliz der Welt. Sie wird von vielen Ländern, unter anderem auch von Deutschland, als Terrororganisation gesehen, aufgrund vieler Terroranschläge, die sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten verübt hat. Ich werde mal ein eigenes Video machen über die Hezbollah, über ihre Geschichte. Das hatte ich schon länger vor, aber jetzt haben sich eben diese Ereignisse überschlagen. Auf jeden Fall, Hassan Nasrallah führt diese Miliz, die einer der härtesten und wichtigsten und gefährlichsten Feinde Israels ist, seit mehreren Jahrzehnten. Und Hassan Nasrallah ist auf der Liste der Staatsfeinde Israels sehr, sehr, sehr weit oben, wenn nicht ganz an der Spitze. Und gerade seit dem 7. Oktober 2023, also dem großen Überfall der Hamas, also der palästinensischen Terrormiliz, da haben sich diese Spannungen zwischen Israel und der Hezbollah, die im Libanon sitzt, also im Norden von Israel, diese Spannungen haben zugenommen, immer weiter zugenommen. Israel hat immer wieder Angriffe gegen Hezbollah-Stellungen im Libanon ausgeführt. Die Hezbollah hat Raketen auf Israel geschossen und allein seit dem 7. Oktober 2023 sind mehr als 1000 Menschen bei diesem Konflikt gestorben und noch viel mehr verletzt worden. Ein spektakulärer Fall war erst vor wenigen Tagen die Explosion von mehreren Pagern und mit mehreren, meine ich, mehreren tausend Pagern, die der israelische Geheimdienst sehr wahrscheinlich mit Sprengstoff versehen hat und die dann letztendlich die Hezbollah nutzen wollte und der israelische Geheimdienst hat die dann zur Explosion gebracht. Tausende Verletzte, Dutzende Tote. Ihr habt die Geschichte wahrscheinlich mitbekommen. Und in den letzten Tagen hat Israel nach und nach hochrangige Kommandeure der Hezbollah ausgeschalten. Und das jetzt wäre die absolute Spitze des Ganzen, dass sie es schaffen, den obersten Anführer der Hezbollah zu töten. Es gibt momentan keine Bestätigung, dass er tot wäre, aber es gibt viele Meldungen aus anonymen israelischen Quellen von seriösen Journalisten, die in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie Zugang zu hohen Quellen im israelischen Militär und in der Politik haben. Und aus diesen Kanälen gibt es eben diese Gerüchte, dass mittlerweile davon ausgegangen wird, dass Hassan Nasrallah sich in der Kommandozentrale der Hezbollah befunden hat, die wohl unter diesen Wohnblöcken war. Also wir haben hier wieder auch dieses Problem, dass Milizen wie die Hezbollah auch ganz gezielt menschliche Schutzschilder benutzen und ihre Kommandozentralen nicht abseits irgendwo anlegen, sondern gezielt auch in Wohngebieten. Und das würde in dieses Bild reinpassen, dass diese Zentrale der Hezbollah unter einem Wohnblock mit vielen, vielen Zivilisten gelegen hat. Und manchmal ist es so, dass Israel vorher Einwohner von solchen Gebieten warnt, dass sie ihre Wohnungen verlassen, damit sie nicht verletzt werden. In diesem Fall war das nicht so. Und auch das leute darauf hin, dass da ein sehr wichtiges Ziel getroffen werden sollte und dass Geheimhaltung eine große Rolle gespielt hat. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu, der hat mittlerweile seine USA-Reise abgebrochen. Er war in New York, um vor den Vereinten Nationen zu sprechen. Und da ist auch dieses Bild entstanden, das wohl zeigt, wie Netanyahu den Befehl zu diesem Luftschlag gerade gibt. Er ist also auf dem Weg zurück nach Israel, was ebenfalls darauf hindeutet, dass hier ein sehr wichtiger Luftschlag ausgeführt wurde und dass die nächsten Stunden und Tage sehr wichtig werden und er deswegen in Israel sein will. Der Iran hat auch reagiert. Und der oberste Revolutionsführer Khamenei hat einen Notfall-Call ausgesendet, um den Nationalen Sicherheitsrat zusammenzuholen. Also auch dort wird beraten, wie man auf das Ganze reagieren soll. Also, jetzt fasse ich zusammen. Sorry, es ist auch für mich schon die sechste Stunde. Momentan wissen wir nicht, ob Hassan Nasrallah getötet wurde. Aber es gibt einiges, was darauf hindeuten würde. Unter anderem die Tatsache, dass er sich noch nicht zu Wort gemeldet hat. Wenn er nicht dort gewesen wäre, in diesem Gebäudekomplex, und entweder tot oder verschüttet wäre, dann wäre die Wahrscheinlichkeit durchaus hoch, dass er sich mittlerweile zu Wort gemeldet hätte, dass er das dementiert hätte, dass er getötet worden wäre. Und eben praktisch auch seinen Kämpfern und der Hezbollah insgesamt und auch der ganzen Welt zeigt, nein, ich bin nach wie vor am Leben. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht passiert. Und deswegen, wir werden sehen, wie sich diese Nacht entwickelt. Nach allem, was wir wissen, haben die Israelis bei diesem Angriff einen Bunkerbrecher benutzt. Also eine bunkerbrechende Waffe, eine bunkerbrechende Bombe. Das heißt, wenn sich Nasrallah in einem Bunker unter diesen Gebäuden aufgehalten haben sollte und diese Rakete ist bis in diesen Bunker gekommen, dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass seine Leiche, wenn er denn getötet worden wäre, dass die niemals gefunden und identifiziert werden könnte. Allein aus dem Grund, dass so ein Bunkerbrecher einen ganz schönen Schaden anrichtet. Besonders, wenn man eben in einem Bunker ist, den er gerade bricht. Insofern, das ist der aktuelle Stand. Ich weiß, es ist noch nicht viel. Es ist gerade noch viel Mutmaßung. Aber ich bin mir sicher, in den nächsten Stunden wird sich da noch einiges tun. Ich gehe davon aus, dass ich morgen, vielleicht sogar morgen früh, wenn es da neue Erkenntnisse gibt, ein neues Video aufnehmen werde. Aber zum jetzigen Zeitpunkt dachte ich, ist es wichtig, dass ich euch das erzähle, was es gerade zu erzählen gibt. So, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.